Ah, okay So, jetzt schleuert er uns wieder runter, genau Das Unfaire ist, hier sind gleich locker wieder irgendwelche Ja, ich wusste es doch Das ist unfair Ich sehe die doch nicht Ich wurde gerade schon wieder fast getroffen So, erstmal ein paar Danke So, zack Zack, zack, zack Okay, das geht eigentlich noch Okay Nein, ich habe einen Ich habe einen vergackt Hop, hop Oh Gott, oh Gott Ha, so Er ist umgefallen Oh nein Der heilige Abhang des großen Rampo wurde geschändet Seid verflucht, sterbliche Hökerer Der große Rampo hätte so tun sollen, als sei er nicht zu Hause Ja, das wäre eine gute Idee Ja, das wäre jetzt zu geschaffen Das ist ganz schön aufregend Wie wäre es mit einem Berufswechsel, Yuka Stimmt eigentlich, ne Schlüpfriger Fahrt Achievement Nice Hey Rambo Ach, nicht doch Meine Augen Das ist gemein Ja, mit der Art aggressiven hätte ich auch nicht gerechnet So, erstmal hier hin Das holen Und wieder hoch Kann ich noch mit dir reden, Rambo Hey Rambo Kann ich, warte mal Was ist, wenn ich das öfter mache Okay Bringt nur einmal was, okay Alles klar So, das Zack Okay, wir sind voll live Okay Alles klar Was mache ich jetzt Was da hinten haben wir erledigt Da oben müssen wir auf jeden Fall noch hin Und da hin können wir jetzt erstmal, ne Wollen wir das da oben machen Ich glaube, das machen wir Ich glaube, das machen wir Da war was Kann ich hier Kann ich hier stehen Ja, kann ich Okay, warte mal Moment, Moment Moment, da war was Ich hab das gesehen Da Da drin ist was Irgendwas Ich weiß nur nicht was Wow, Lady Schau dir diesen geheimnisvollen Piratenschatz an Ich frage mich Ob es in der anderen Großwälzern Ob es in den anderen Großwälzern Mehr zu finden gibt Ah Wissen wir Wurde Wurde in der Toybox nicht auch Irgendwas von Großwälzern Also von Von solchen Sachen erzählt Von So einem Piratenschiff oder so Ich glaube schon Ich glaube schon Rampus Schatzkammer Ah Hier ist ja nichts mehr drin Aber das Page ist hier noch Ich will Was Was mache ich mit dem Page? Ich muss ein Rätsel lösen Ja Da brauchst du eins Gib mir das Page Wieso nehmt ihr die Diamanten Eigentlich nicht mit? Mensch You gone lady ey Habt so viel money Ihr braucht das nicht mehr ne? Glaube ich auch Äh so Gut okay Dann 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 Rollen wir mal hier weiter lang Gehen gleich mal oben den Weg Komm ich doch Nein Shit Shit Dann gehen wir halt den normalen Weg Ist da unten noch was? Ne das sehe ich auch nichts mehr Okay Ist das da hinten jetzt offen? Schaut nicht so aus Ne Okay Egal Da ist jetzt ein Oh Da gehen wir auch rein Später Nachdem wir uns hier jetzt hier so Den Weg Angekämpft haben Hier ist ne Feder Noch mehr Federn Hier ist ne Tür Da geh ich gleich rein Erstmal alles hier außen erkunden Oder ist das Die Tür unten Für die vielleicht nach hier oben Ach Gottchen Hallo ihr Gegner Besiegt Easy Hier ist noch ne Tür Will ich nicht Noch nicht Ach Mensch Ähm Hochrollen Achso ich kann hier nicht In meine Kamera drehen Alles klar Ich muss da runter Wie es aussieht Was sind das doch für Steine Den kann ich doch auch noch Irgendwas sicherlich machen Später Zack Oh ich bin's Der fantastische Gesundheitsstrecker Yeah Sammle uns Um Gesundheitspunkt Zu strecken Ja Okay Davon gibt's auch jeden In jedem Level Ein ne Ich glaub schon Ich glaube schon Wo bin ich denn jetzt Ich glaub ich bin Oh Hi Hallo Wer bist du denn Löchenfremde Ich bin Kartos Äh Lass mich raten Der Gott des Erzes Ich habe keine Ahnung Wovon du redest Freunde Mein Job ist es Auf den Schienen Der Großfelder zu fahren Und Gold zurückzubringen Ich habe allerdings Schon lange Keine Schätze mehr gesehen Wir kochen Interessieren Kaum noch jemanden Äh Äh Entschuldige Was hast du gesagt Ich habe nicht zugehört Oh wie nett Schön dich kennenzulernen Kartos Wir suchen Pages Glaubst du auf deinen Gleisen Können wir welche finden Äh Ihr werdet hoffenweise finden Wenn ihr Wenn ihr in mir seid Junge Äh In den Schächten Sind Was In den Schächten Ist viel zu holen Was haltet ihr davon Mal mit zu fahren Äh Jetzt gerade nicht Wir haben gerade zu tun Kartos Später vielleicht Genau Jetzt gerade nicht Was ist das Irgendwas kann ich damit Später machen Wow Ganz schön windig Hier oben Ja Kann ich hier lang rollen Ja hier gegen rollen Kann ich Gegen an rollen What Au 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 Ich meine Alter Au Echt jetzt Au Okay So Ich muss hier einfach nur drauf stehen bleiben Au Ich muss hier gar nicht rauf Knallen mit dem Arsch Mr. Blaui Leichts Leichts Nach einem Getränk Das ständige Kuste Macht meinen trockenen Hals Äh Okay Wo bin ich jetzt hier eigentlich Ey Kann ich mal Okay Ich will nochmal runterfallen Noch weiter runterfallen Gleich Hier Hier ist gut Okay Von hier kamen wir Genau Okay Weißt du Ich komme ganz nach oben Wenn ich den Zweiten Dritten Eingang nehme Wo komme ich jetzt hier hin Im Monument Okay Das ist gemein Kann ich so nicht schleichen Ich kann mich so nur hinhocken Okay Ich kann so echt nur Kann ich Okay Nö Dann nicht Gut Dann gehen wir mal in den anderen Eingang Mal sehen wo der uns hinbringt Komm ich da Nein Ich komme da nicht hoch Und Hochrollen Zack Zack So Okay Da drin kommen wir also ganz in das Monument rein Das ist mal gut zu wissen So Hier Also mit dem anderen Eingang Kommen wir noch ganz oben Oder fast nach ganz oben Und hiermit Kommen wir wohl Da Wo wir eben auch schon waren Alles klar Okay Dann Reden wir mal mit dem Mr. Browsy 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 Typen Hier ist ein Beji Ey kann ich mit dir reden Nee Okay Der bringt Ah jetzt kann ich gleich mit ihm reden Wahrscheinlich Ey Ah nee Den muss ich wahrscheinlich so Es gibt ja verschiedene Früchte Gibt es hier bestimmt auch so eine Wasserfrucht Oder so Die wir essen können Und dem Ah Interessant Gucken wir aber erstmal nach So weit hinten hin Ich wollte gerade sagen Es ist da unten noch ein Eingang Aber nein Das ist keiner Hier da kommen wir gar nicht so hin Muss ich locker rüber fliegen Oder So geht es nicht Okay Au Okay Ich habe es aber überlebt Alles klar Immer hin Ich würde schon mal sagen Das ist was Positives Gut Ähm Früchte suchen Es gibt ja hier so einen gelben Und so die durchsichtigen Ich glaube die durchsichtigen Sind diese Wasserfrüchte Oder können wir auch Wasser so Ah Moment Hier dem Wasser müssen wir auch noch irgendwas machen Den Schalter drücken halt Also kann ich die Kamera nicht weiter nach oben machen Was wenn ich Okay Okay Nein Nein Okay so So ein bisschen höher bitte Und jetzt von hier rauftauchen Nein so klappt das nicht Okay aber das könnte so Das könnte so funktionieren Und rauftauchen Nein Okay einmal hoch Und rauftauchen Okay nein so geht es nicht Ich muss hoch Ich trinke Ich bin hoch Juga Okay Uh Ich habe es geschafft Okay Ähm Früchte 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 Kann ich so vielleicht auch diesen Roboter hier Aus der Gefecht setzen Nehme ich den mit diesen Früchten abschieß Oh Mehr Federn Okay Da sehe ich gerade einen Pagy Alles klar Okay der Der fährt uns nach oben Alles klar Sehr gut Uh Äh so Mach mal Ja man Okay Kann ich die Nein Aua Okay Nein kann ich nicht Nein Uh Ich muss den ausweichen Ausweichen Oh Gott Der schießt mit Oh Gott Was Der schießt mit irgendwas Was ist jetzt gemein Okay ich komme ganz hier oben Wieder raus Alles klar Gut dann machen wir das später War schon mal gut zu wissen Dass sich da was eröffnet hat Wir müssen dem wahrscheinlich Wasser geben Damit der uns dann Äh Ja das Pagy gibt Nochmal im Monument Was noch ein Pagy Nein Ich will hier rein Manu Ich dachte hier fährt uns das Der Weg hier nochmal ein bisschen weiter nach oben Aber wie es aussieht Nein Da wäre ich fast runter geflogen Yo GG Ähm Ja dann gehen wir hier den normalen Weg Hier nach oben Wenn wir hier überhaupt nach oben kommen Ja doch scheint so Und hier ist noch ein Weg Okay Der führt uns weiter nach oben schätze ich Würde ich jetzt mal so behaupten Ja tut er Okay Ähm Wo sind wir jetzt eigentlich Da unten war der Eingang Okay Au Bist du denn Äh Der hat mich gerade ein bisschen verwirrt Ey Ich dachte gerade Hä ist das jetzt ein Lieber Ist das jetzt ein Böser Ist das jetzt Was ist das Aber gut Okay Okay ich glaube da oben Komme ich jetzt nicht mehr hin Ich hoffe da waren keine Fehlern Nein geh weg Nein geh weg Nein geh weg Nein geh Böse Okay Ähm Das ist der letzte Geist Der letzte Geist Leute Wer geifst uns an Ah okay Wenn er daneben geht Wenn er Au Scheiße Wenn er uns nicht trifft Dann können wir ihn aus Äh können wir ihn angreifen Komm Ja Wir haben alle Geister Leute Huh Alle Geister aus dieser Welt zumindest Aus diesem Äh Wie war das mal Großwälzer genau Okay Ich bin Nimbo Die große Wolke der Welt Na hallo Nimbo Ich nehme an Wir sollten mit dir reden Wenn es ums Wetter geht Ähm Kluge Echse Nimbo verändert die Welt Lässt Wasser nach unten Lecken Aber Nimbo hat ein Problem Leck funktioniert nicht so gut Nimbo ist ein Nervenbündel Seit seiner Frau ihn Für den Taifun verlassen hat Ah Hetschi bist du das Okay Versuch dich zu entspannen Nimbo Denk an einen Tropfenden Wasserfall Oder einen laufenden Wasserhahn Geht nicht Echse und Flederbaus Verursachen Lampenfieber Vielleicht Können die Besucher Für ein wenig Stimulation sorgen Gut Komm Lady Lass uns Nimbo helfen Wasser zu lassen Ja Und Sache Du wäschst dir Hinter die Hände Der hat nicht mal Hände man Okay Ja das ist ein Wasserpflanzen Schätze ich Mussten wir ihn damit Bestimmt abschießen Zack Zack Geht das Ne Was sind das hier für Pflanzen Oh mein Gott Ich kann Feuer schießen Das ist cool Burn Bam Das ist voll cool Das andere sind Eispflanzen Keine Wasserpflanze So was ist Ah Okay Jetzt ist der Weg hier frei Alles klar Cool Okay Aber ich würde gern Was mache ich denn jetzt Ähm Ist eine gute Frage Können wir mit ihm reden Nee Hä Hä Ah doch Da sind Wasserpflanzen Glaube ich Sind das Wasserpflanzen Ja Die brauche ich Die brauche ich Einmal für ihn Und einmal für Später diese Diese Wand Nimm Hat das Wewig In sich getragen Okay cool Ah Das ist Interessant Okay Haben wir die Nein wir haben die Wasserpflanzen Nicht mehr Okay ich brauche das aber Haben passt Nein ich erforschen Oh is